Musik Okay Leute, jawoll, Zelda Time, ja, genau, ähm, und ich hab ein bisschen trainiert, live ist jetzt Level 6, was davor glaube ich noch nicht so war, und Attack ist auch eine Stufe höher, ich weiß nicht, ob ich Magie jetzt auch noch gemacht hab, ist schon einen ganzen Tag her, wo ich das gemacht hab, und dementsprechend könnt ihr nicht von mir erwarten, dass ich mich daran noch erinnern kann, Oh, wunderschön, dieses Spiel, ich hab wieder Lust dazu, ich bin nicht mehr ganz so agro wie gestern, So, zack, den ersten Tod, so, hier sind wir doch ziemlich sicher davon, komm hoch, und jetzt, Hat gepasst Nein, oh Ich hasse diesen Controller, ich hasse diesen Controller wie die Pest So, ich benutze gleich mal Shield Zack, zack Au Wow, manchen Sachen kann man echt nicht ausweichen Ja, aber man merkt schon, ähm, meine Leben sind doch ordentlich vorangegangen Ja, das können wir jetzt eigentlich wieder hergeben Ja, hier brauch ich auch wieder Shield, das weiß ich jetzt schon Zack Und zwar für Hier jetzt gleich, kommt noch einer So, komm her Ah, zwei Schläge braucht das Ding nur noch Für das, wie ich oft mal am Anfang drauf hauen musste So, aber egal Zack Wunderschön Oh, ein P-Bot Gleich So, komm her, du Drache Kein Problem Kein Problem für mich So, dann Kennen wir den ganzen Weg hier schon Deswegen werde ich den Möglichst schnell vorantreiben So, komm her, du Fee Dich kriege ich auch so Und jetzt kann ich in Ruhe Solange mich kein Bär trifft, ist alles in Ordnung Alles andere ist okay So Bam Perfekt Ah, okay Ich will trotzdem so Ohne Fee Ja, Fee sind, äh Nein Oh Gott So Stirb doch, du Sau Oh Gott Lauf, 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 lauf Yeah Ja, und den Hammer gibt's scheinbar hier unten irgendwo Ähm Den werde ich aber trotzdem erstmal holen Ich hab ein bisschen nachgeschaut Den werde ich aber trotzdem erstmal holen Alter Wenn ich den Tempel hinter mir hab Ding, 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 ding Ding, 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 ding Ding, 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 ding Ding, 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 ding So, warten wir ganz kurz den Mob ab Sohle Kommt her Bless mich an, ich weiß, ihr wollt es Ihr wollt es Genau und Oh Gott Kein Bär Glück gehabt Na komm Komm Nein So jetzt muss ich mich beeilen Lauf, 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 lauf Link, lauf Wo der Dragon hier oben ist Geziehungsweise Wie ist das so ein scheiß Bär? Okay, aber gleich sind wir im Schloss Jetzt müssen wir eigentlich dann reinkommen Ja, wie wir auch am Anfang wissen Magie Kein Problem Zack, voll Ja, ich habe im Schloss ein bisschen trainiert Denn jedes Mal, wenn man aus dem Schloss rausgeht und wieder reingeht Können wir Kommen die Gegner wieder Also sprich auch dieses Skelett Was? Au Mich dummerweise getroffen hat Und was 50 Erfahrungspunkte gibt Und es ist gut 50 Erfahrungspunkte sind Ordentlich So, ähm Hier werde ich Shield benutzen Einfach vorsichtshalber Vor diesen hässlichen Köpfen Muss man sich echt in Acht nehmen Und ich möchte So wenig Leben wie möglich verlieren Au Ja, besonders weil halt dann diese Blobs auch noch mit dazu kommen Aber so bin ich eigentlich noch im Gutem Bereich So, komm her Die Musik ist so toll Auch wenn sie ab und an mal einen Springer hat Wow Okay Be back Yay Komm, komm Okay Kein Problem für erfahrene Zelda-Spieler Wobei man hier nicht als erfahrener Zelda-Spieler reden kann Denn dieses Zelda ist vollkommen anders als jedes Was man davor hatte Und zwei Schläge für den gelben Wahnsinn Au Du kleiner Hoden Geh einfach sterben So Die Sonne soll mich nicht noch erwischen Oh Okay Sonne, Sonne, Sonne Weg Sonne, Sonne, Sonne Weg Wow Schon in die richtige Richtung drehen, mein Freund Ähm Jetzt war nur noch die Frage Wo ging's lang? Es war, glaube ich, nicht mehr der richtige Weg Sondern Ja, genau Hier war's Ähm Hier werde ich auch mal Shield einsetzen Einfach Weil ich Glaube ich noch die Erinnerung habe Dass hier Mega nervige Gegner sind Wow Das war knapp Au Musste das jetzt sein? Nein Musste natürlich nicht sein Aber es war trotzdem so Oh Eine blaue Eine rote Magie Schlage Hörst du zu Auf, auf mich zu schießen Ja, und ich weiß jetzt, wofür die Handschuhe waren Und zwar Die Handschuhe waren dafür da Dass man diese Steine hier zerstören konnte Ich habe irgendwie schon das Gefühl Ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass ich das erste Leben definitiv verlieren werde So Oh, herrlich Oh, herrlich Oh, herrlich Oh, ja Oh, ja Oh, ja Habe ich schon fast vergessen, dass es sowas wie dich auch gibt Naja Aber zwei Schläge Ist jetzt nicht so wild So Kann ich hier Wow Kann ich vorsichtig vorgehen, habe ich gesagt Wollte ich mir anders sagen Okay Ein roter Ich brauche Shield So Au Gut, dass ich Shield habe Au So Meine Fresse Ich brauche Leben Definitiv brauche ich Leben Shield Ja, und ich muss immer wieder in den Startmenü gehen Und zuerst den Zauber auswählen Perfekt So, jetzt wollen wir noch 20 Erfahrungspunkte Ne, wisst ihr was? Ich hole mir zuerst mein Level ab Das, ähm Das sind nämlich 18 Erfahrungspunkte Und wenn ich den Boss besiege Dann bekomme ich Ein komplettes Level-Up geschenkt Und Ich denke sowieso, dass ich verlieren werde beim Boss Von daher, ähm Das ist die Frage D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Guck mal her Was passiert, wenn ich jetzt Kann ich dich respawnen lassen irgendwie? Dann muss ich halt jetzt ein paar Mal rein und raus gehen Aber das Level-Up möchte ich haben Besonders dann habe ich wieder volle Mana Hi Ja, wie oft noch Siebenmal muss ich es noch machen Naja, das ist nicht so viel Komm, 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 komm Zack Dann halt nicht Es gibt übrigens später einen Heels Aber ich weiß leider noch nicht, wie man ihn bekommt Au Wow, du Kleine, blöde Pissnelke Ähm Ja, ich weiß noch nicht, wie man ihn bekommt Aber Das werde ich noch herausfinden Zack Fünfmal noch Viermal noch Ich will aber das Level-Up haben Zack Wow Das war fast reingeslidet in den Gegner Muss jetzt nicht sein Hop Wow Ist so schön in den Rücken gefallen Und noch zweimal Dann habe ich mein Level-Up Pff Noch zweimal Dann habe ich mein Level-Up Ich habe irgendwas sehr unbeunruhigendes gelesen Ich weiß nicht, was daran Wow Okay Langsam, mein Freund Nichts übereilen Ähm Ich weiß nicht, was daran liegt Aber wenn ich ein Level, sage ich jetzt mal Stehen lasse So wie jetzt hier Wenn ich jetzt sagen würde Cancel Heißt Das ist dann trotzdem Also ich habe irgendwas gelesen Von wegen, dass man dann irgendwie Die maximalen Level nicht mehr haben kann Und die maximalen Level sind Acht jeweils Also Ne, ich lasse mich Überraschen Weil das wäre schon scheiße Wenn ich nicht auf 888 kommen würde Würde mir das ganze Leben Verschwerer machen So Aber Hier gibt es gerade keine Gegner mehr Das finde ich super toll Und hier werde ich Shield einsetzen Für den geringen Fall Dass ich Vielleicht doch überlebe Ne Ein sehr geringer Fall So Aber jetzt Shield Fängt schon mal gut an So Zack Wow Und das hat echt gut Schaden Schon gemacht Komm ja Wunderbar Der Angriff hat sich Ziemlich gelohnt Den auf 5 zu bringen Oh Ich hätte gar nicht Die ganzen Slops machen müssen Der gibt nämlich auch Erfahrungspunkte Naja Egal Zack Ah Wunderbar Und Ja Magic will go up Ähm Ja langsam Aber sicher Können wir es brauchen Also Trainiere ich Meine Magie Jetzt auch ein bisschen hoch Als nächstes Kommt dann Leben ran Ah wunderbar Ah ok Ich weiß noch nicht Wann ich die nächste Offscreen Season mache Also Sprich Einfach wieder ein bisschen Zu trainieren Im Moment Brauche ich sie nicht Bin eigentlich Mit diesem Level Ganz gut gedient Und Ich komme ganz gut durch Aber Der lustige Teil Kommt jetzt erst noch Ein Video Game Nerd Hat ihn so schön als Death Mountain Bezeichnet Und so werde ich ihn ebenfalls nennen Death Mountain Ist nämlich richtig assi Oh Ok Glück gehabt So Komm her Und dann haben wir schon mal 60 von 2 3500 Punkten Wieder Wuuu Naja gut Aber jetzt Muss ich hier über die Brücke Und das ist das letzte Was ich heute auch noch machen werde Naja genau Deswegen Ich hasse diese Brücke Kann ich euch töten? Gebt mir sogar ein bisschen was Nicht viel Aber ein bisschen was Au Ihr seid zwar mehr nervig Als dass ihr Irgendwie toll werdet Aber ok So Was hat man hier? Katzen Und ein Peabag Ich glaube Ein Hunderter Genau Ein Hunderter Peabag Was? Ok Warum müssen es Katzen sein? So hier ist nochmal eine Brücke Aber da will ich noch nicht rüber Nein Ähm Ich gehe hier in die Stadt Und meine lieben Freunde Hier beende ich meine Folge In der nächsten Folge Geht es dann in Wie heißt die Stadt? Watertown Of Saria Genau Hier geht es in Vaisaria weiter Na wer den Namen vielleicht Ein bisschen bekannt vorkommen Möchte Naja Ne Wer so ein bisschen In 64 gespielt hat Weiß es Gut Leute Bis dann Ciao